So, herzlich willkommen zu unserem nächsten Thema, Biases und generative KI. Wir starten noch pünktlich, weil wir haben drei Sprecher und ich möchte Sie noch gerne vorstellen, das dauert schon einen Moment. Also wir haben Prof. Dr. Matthias Hagen, Lehrstuhl Datenbank Informationssysteme von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Dann haben wir den Prof. Dr. Martin Pothast, Lehrstuhl Intelligent Language Technologies, Universität Leipzig und SCETS-AI. Sehr willkommen. Und Prof. Dr. Benno Stein, Intelligent Information System Group Bauhaus, Universität Weimar. Und dann übergebe ich schon an Sie. Alles klar. Ich fange einfach mal an. Hallo zusammen, guten Nachmittag und ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Ich wollte eigentlich meine beiden Kollegen noch vorstellen, ich bin sehr froh, dass Sie da sind, sind im Bereich Information Retrieval und Natural Language Processing wirklich vorzeitbar in Deutschland, sage ich es mal so. Tolle Typen. Wir haben uns den Vortrag aufgeteilt. Ich werde einen Teil erzählen, dann wird Martin Pothast was über Suchmaschinen erzählen. Nein, Matthias Hagen wird das über Suchmaschinen erzählen, Sie sehen es schon. Und Martin Pothast wird was über Large Language Models erzählen. Sie können uns jederzeit unterbrechen, aber wir haben auch gleich eine Diskussionsrunde. Sie sollten keine Angst haben, irgendwas zu fragen, irgendwas zu denken. Wir sind nicht hier, um ein Programm durchzuziehen. Wir sind hier, um mit Ihnen in Dialog zu kommen. Und wir sind, also ich spreche mal erstmal für mich, ich bin in Artificial Intelligence von Anfang an dabei. Ich bin auch ein alter Symboliker, habe natürlich umgeschwenkt vor 25 Jahren auf das maschinelle Lernen. Und wir sind in der Sache tief drin. Wir bauen eigene Suchmaschinen, wir haben eigene Sprachmodelle am Laufen, wir experimentieren mit denen, wir trainieren mit denen, wir haben das entsprechende Equipment. Und wenn Sie Fragen haben, ich hoffe, wir können Sie beantworten. Sie sind wirklich erstmal alle willkommen. Das ist die erste Folie. Einfach Large Language Models. Large Language Models haben unsere Welt verändert. Wir kennen sie vom Chat-GPT. Sie werden uns vielleicht langsam ans Herz wachsen. Wir führen Dialoge mit Ihnen, wir fragen Sie um Rat. Wir beschäftigen uns recht viel mit denen. Und wenn wir nicht mehr weiterkommen an irgendeiner Stelle, dann wird das Ding eingeschaltet und gefragt. Mittlerweile wird es auch einfach so gefragt. Also auf jeden Fall ist es richtig da. Das heißt generative KI, weil diese Sprachmodelle was generieren. Sie generieren einfach Text. Es gibt auch generative KI für Bilder. Midnight Journey or Stable Diffusion. Aber um die geht es heute nicht. Die ganz unterliegende Foundation Technology ist dieselbe. Das ist Transformer-basierter Attention-Matrix-Lernen. Aber so viel Technik musste sein. Wir machen heute Sprachmodelle. Und diese Sprachmodelle, die wir so gerne benutzen, die haben heimlich angefangen. Ich sage heimlich, das ist kaum aufgefallen, vielen in die Suche einzugreifen. Wir haben gelernt, das ist eine Art Kulturtechnik geworden, so in den letzten 20 Jahren Suchmaschinen zu bedienen. Also wir haben gelernt, unsere Suchbedürfnisse, sprechen von Information Needs, irgendwie einzutippen, das Ding zu triezen. Dass dann irgendwann das steht, was uns weiterhilft. Und seit die Large Language Models da sind, werden wir, ich will nicht sagen faul, aber wir werden irgendwie bequemer. Wir fragen vielleicht erst die Large Language Models. Die Large Language Models geben ja auch schon eine Antwort. Und während wir vorher bei den Suchmaschinen uns ein eigenes Bild von der ganzen Sache gemacht haben, die Sachen sortiert haben, allein der Suchprozess anstrengend war uns, allein diese Anstrengung, was über die Sache gesagt hat, gehen wir jetzt einfach hin und stellen eine Frage. Man sieht es hier, ich gucke mal, ob das klappt, man kann es kaum sehen. Wir haben, wie uns gewohnt, wir kommen eine Liste mit ein paar Links und bei den Large Language Models, ja, da wird uns was erzählt. Manchmal auch mit Rückgriff auf die Links, die sogenannte RAG-Technologie, also Retrieval Augmented Generation, aber im Prinzip gehen wir vielleicht erst mal zu den Language Models hin. Und da haben wir uns natürlich die Frage gestellt, was bedeutet das für BISES, also für unsere Vorurteile, für das Umgehen mit Wissen, was aus einer bestimmten Richtung kommt, für das Weglassen von Informationen, für das Betonen von Informationen, für das Sensibilisieren für die falsche oder für die richtige Information. Um es direkt vorweg zu sagen, BISES haben wir seit Suchmaschinen da sind schon immer. Die hatten wir auch schon früher, wenn wir mit dem Bibliothekar oder der Bibliothekarin gesprochen haben. Was empfehlen Sie? Wir fragen uns jetzt natürlich, Search plus Large Language Models, was macht das mit dem BISES? Und direkt schon als Spoiler, wir wissen es selbst nicht. Und der Ziel von diesem Vortrag ist, Ihnen Background zu geben, was da reinspielt und was zu beachten ist. Ja, ich glaube, das schließt schon meinen Teil ab. Den ersten Teil. Und um das zu verstehen, also um Sie zu Expertinnen zu machen, wollen wir, dass Sie verstehen, wie Suchmaschinen funktionieren. Wenigstens grob, recht grob, also recht gut trotzdem. Wir wollen verstehen, wie Large Language Models funktionieren. Und wir wollen etwas über BISES hören. Ja, danke, Benno. Kurze Geschichte der Suchmaschine, wirklich kurz, fünf Minuten. Frage an Sie, welches war die erste? Welche haben Sie zuerst benutzt? Alta Vista? Bietet jemand was noch Älteres? Also Alta Vista ist schon, ja, schön alt. Laikos, ja, das mit dem Hund. Ja, auch ziemlich alt. Aber kleiner Tipp, das ist so ungefähr 2000 Jahre zu kurz gedacht. Also die ersten Suchmaschinen waren in Bibliotheken die Menschen. Und wahrscheinlich so die ersten Bibliotheken vor 2000, 3000 Jahren. Wenn man sich das so ein bisschen auf dem Zeitstrahl anguckt, sieht man so ganz links. Allerdings, in Bibliotheken konnte man auch schon suchen, indem man Zettelkataloge bediente. Ganz am Anfang war es so, dass man die nicht selber bedient hat, sondern da hatte man Personen, die in den Bibliotheken, diejenigen, die da reinkamen und ein Buch oder vielleicht ganz am Anfang eine Papyrusrolle ausleihen wollten, die denen geholfen haben und gesagt haben, das Papyrus liegt im Regalfach 37, drei Räume weiter. Das waren die ersten Suchmaschinen. Man ist mit einem Informationsbedürfnis hingegangen, hat das Informationsbedürfnis einer Person verbal erläutert und danach das Ding gefunden, was es in der Bibliothek hoffentlich gibt, was einem hilft, dieses Informationsbedürfnis zu stillen. Das hat ein paar tausend Jahre ganz gut funktioniert und irgendwann haben die Menschen gemerkt, so um die 1950er rum, es ist irgendwie viel zu viel, als dass Menschen das in den Bibliotheken alles gut mit einem Zettelkatalog verwalten können. Es gab immer mehr Veröffentlichungen, immer mehr Bücher, die jedes Jahr rausgegeben wurden und da wurde die Bestrebung irgendwie notwendig, das Ganze mit Maschinen zu machen. Wenn Sie sich erinnern, so 1940, 1950, die ersten digitalen Rechner gebaut, gleich am Anfang hat man überlegt, ob man die nicht auch zum Suchen benutzen kann, also die Bibliotheken etwas vereinfachen könnte. Also so dieses digitale Zeitalter, was dann so langsam anfängt, so in den 50ern, 60ern, führt dazu, dass ich tatsächlich irgendwann nicht mehr nur mit Bibliothekanen spreche, sondern vielleicht Bücher finden kann, die eine bestimmte Redewendung enthalten. To be or not to be meine ich damit nicht, das würden Sie wahrscheinlich alle in der Bibliothek finden. Ich meine andere kurze Phrasen, zu denen vielleicht alle Bücher, alle Veröffentlichungen in der Bibliothek gesucht werden, die kann man nicht alle im Kopf behalten, die ganzen Texten. Deswegen hat man versucht, das mit Maschinen zu machen. Es wurde immer mehr digitalisiert, ein großer Index gebaut für solche Bibliotheken, also damals hat man vielleicht ein paar hunderttausend Sachen in den Index gepackt. Index ist so eine Datenstruktur, die einem hilft, als Maschine möglichst schnell die Objekte zu finden, die bestimmte Stichwörter enthalten. Und das hat dann dazu geführt, dass die Suchmaschinenanbieter, das waren alles Systeme für digitale Bibliotheken, darüber nachgedacht haben, ob man vielleicht ein bisschen sortieren sollte und wie man so eine Ausgabe irgendwie sortieren kann. Wir sind es ja gewohnt, wenn man irgendwie AltaVista, Lycos oder die aktuellen Suchmaschinen benutzt, dass die irgendwie eine sortierte Reihenfolge von Treffern zurückliefern. Unsere Grundannahme ist dann meistens, dass weit oben das steht, was uns am besten hilft, weit unten vielleicht die Sachen nicht so weiterhelfen. Und das wurde aber eigentlich erst zu den 50er, 60ern, 70ern so ein bisschen dann entwickelt. Irgendwann kam das Web, so um die Mitte der 1990er rum, es hat Tim Berners-Lee 1994 die Idee gehabt, dass man doch Dokumente irgendwie miteinander vernetzen könnte, dass das einen Mehrwert haben könnte. Heutzutage sind wir das alle irgendwie gewöhnt, dass man links klicken kann und dann fing das Problem für die Suchmaschinen an. Man muss die Sachen natürlich auch alle irgendwie durchsuchbar halten. Menschen sind davon ausgegangen, dass man auch da suchen kann und die allerersten Suchmaschinen waren eigentlich nicht viel mehr als Directories von Information. Yahoo wäre da so ein Schlagwort gewesen. Und über die Zeit wurde es dann immer mehr die Entwicklung in Richtung, was sind denn eigentlich die relevantesten Treffer? Also so am Anfang war das gar nicht so wichtig, da hat man so überlegt, gib mir einfach mal alles, was es in der Bibliothek gibt, ich gucke mir vielleicht die zehn Bücher alle an, heutzutage Milliarden Dokumente im Web, kann man sich die Suchergebnisse, die einem so eine Suchmaschine liefert, nicht mehr alle durchlesen. Deswegen müssen die Suchmaschinen irgendwie die Dinge sortieren, typischerweise nach Relevanz. Was passt besser zu einer Sucheingabe, zu einer Suchanfrage, was passt nicht so gut und in Sekundenbruchteilen erwarten wir, dass die Suchmaschinen das können. Und in den letzten paar Jahren mit das, was Benno schon gesagt hat, nach dem Aufkommen der großen Sprachmodelle, gehen wir davon aus, dass die Suchmaschinen uns eher Antworten liefern, als einfach nur so eine gesammelte Liste. Wenn man sich das Ganze aus der Themenseite so ein bisschen anschaut, gab es natürlich eine Entwicklung über die Zeit. Ganz am Anfang hatte sich mal jemand überlegt, okay, diese Papyrusrollen, das hier ist so ein Foto, also ein Gemälde aus einer alten Bibliothek, irgendwo vielleicht im alten Griechenland, im alten Ägypten. Man sieht Papyrusrollen im Regal liegen, später kamen die Zettelkataloge dazu, die uns geholfen haben, Dinge zu finden. Irgendwann ist dann das Ganze irgendwie maschinell geworden, Bandlaufwerke waren vielleicht mal ganz nützlich. Das hier ist ein Foto von Google 1998. Also das allererste Rechenzentrum, will ich nicht sagen, von Google, das waren einfach zusammengeklaute Rechner aus einem Informatikinstitut mit unterschiedlichsten Konfigurationen. 1998 sah Google ungefähr so aus. Alle Rechner, die gerade frei waren in Stanford, haben sie sich geholt und versucht, das ganze Web da drauf zu packen. Hat damals noch so leidlich funktioniert, heutzutage sind wir eher sowas hier gewöhnt. Riesen Rechenzentren, verteilt über den Globus und immer wenn Sie eine Anfrage stellen, landen Sie bei irgendeinem dieser Rechenzentren. Wir brauchen da natürlich auch Strom. Aus Suchmaschinensicht hat sich also so einiges entwickelt, so das unten, also hier auf dieser Folie unten, ist so die Systemsicht. Technik ist immer weiter fortgeschritten und als Anwenderin sind wir jetzt irgendwie gewohnt, dass wir Antworten innerhalb von Sekundenbruchteilen bekommen. Sowas wie 300, 400 Millisekunden. Viel länger sollte eine Suchmaschine nicht brauchen. Ansonsten wechseln wir zu einem Konkurrenzprodukt. Was hat man als Mensch davon über die Jahrtausende gehabt? Na ja, früher, wenn man jemanden zu irgendwas fragen wollte, ist man zu dem hingegangen. Wer die beiden nicht erkennt, Plato und Aristoteles, falls Aristoteles irgendwas von Plato wissen wollte, ist er am besten hingegangen und hat den gefragt. Das waren die Experten zu einem Thema. Heutzutage, wenn man mit einem Experten reden will, wie viele von Ihnen haben schon Chat-GPT dafür benutzt, liegt nicht mehr ganz so fern. Also es gibt schon Leute, die sowas machen. Irgendwann ist man in die Bibliothek gegangen, hatte ich gesagt. Da gab es vielleicht noch so ein Tresen und man hat von Mensch zu Mensch gesprochen. Man konnte irgendwie erklären, was man wollte. Dann sind die Bibliotheken digital geworden. Ziemlich hässlich. Das ist ein Zettelkatalog, in dem man suchen konnte, in dem man irgendwie in Felder diesen Zettelkatalog halt anbietet, so wie Autorname, Titel des Objektes oder sowas. Vielleicht ein Schlagwort noch eingeben konnte. Das hier war Yahoo ganz früher. Nicht besonders übersichtlich. War so ein von Menschen erst. Zettelkatierter Index des Webs, also wo Menschen geguckt haben, was sind die besten Seiten, zu welchem Thema. Konnte man quasi so nachschlagen, wie in einem Nachschlagewerk. Hat sich nicht so richtig durchgesetzt, hat nicht gut skaliert, weil man zu viele Menschen brauchte, um das zu handhaben. Und dann irgendwann gab es Google, allererster Screenshot von der Google-Suchseite, vielleicht der zweite. 1999 sah ungefähr so aus, wie wir es heute wahrscheinlich auch kennen. Oder wie man so eine Suchmaschine heutzutage auch benutzen würde. Man hat eine Suchbox, in die gibt man sowas ein, sowas wie solche Schlüsselwort-basierten, ich sag mal, Telegram-artigen Nachrichten an die Suchmaschine. Drei, vier Wörter, die Suchmaschine muss raten, was ich eigentlich wollte. Für die meisten funktioniert das ja trotzdem ganz gut. Und wir wollen uns vielleicht noch so ein bisschen angucken, woran das eigentlich liegt. Liegt das an den Sprachmodellen? Wahrscheinlich nicht. Die Sprachmodelle sind erst in den letzten Jahren dazugekommen. Das, warum Suchmaschinen früher schon so gut waren und manche das vielleicht ein bisschen besser vom Gefühl her machen als andere, liegt daran, dass sie einfach beobachten, was wir tun. Und die ganze Zeit mitschneiden, wer sucht wonach, wer klickt worauf, wie lange hat das gedauert, bis man da klickt. Und dann kriege ich als Suchmaschine so eine Art Information, was war denn wirklich das beste Ergebnis. Da, wo alle hinklicken. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen, die meisten Leute klicken sowieso auf Rang 1, auch wenn das nicht das beste Ergebnis ist, weil einfach Rang 1 am weitesten oben steht. Wenn man das so ein bisschen rausrechnet, kann man versuchen, aus den Nutzerinnen-Interaktionen zu lernen. Also, was machen die Menschen mit den Suchmaschinen? Und wenn es dann einen Anbieter gibt, der quasi 90%, 93% Marktanteil weltweit für sich in Anspruch nimmt, ist klar, warum die so viel mehr lernen können oder so viel besser lernen können, weil die einfach viel mehr Nutzerinteraktionen beobachten können. Wenn man sich überlegt, wie so eine Suchmaschine funktioniert, es gibt eigentlich drei Komponenten, drei größere Blöcke. Die Suchmaschine muss irgendwie einen Index bauen. Das ist eine Datenstruktur, die der Suchmaschine hilft, möglichst schnell die Treffer zu finden, die am Ende angezeigt werden sollen. Man braucht irgendwie so ein bisschen Speicher, um sich ein paar Sachen zu merken. Und ganz unten gibt es jemanden, der die Suchmaschine benutzt und mit einem Informationsbedürfnis, dass dieses Fragezeichen hier, an die Suchmaschine herantritt. Wenn so eine Suchmaschine einen Index baut, dann versucht sie im Prinzip, das ganze Web zu bekommen. Wir gehen mal davon aus, dass es eine Web-Suchmaschine sein soll. Und für den Fall, dass wir uns erstmal nur um Texte kümmern, versucht sie auch, die Texte aus den Dokumenten herauszubekommen und so eine Art Textanalyse zu machen. Also was sind die wichtigsten Wörter für so ein Web-Dokument? Das sind die Wörter, die da vielleicht häufig drin vorkommen, aber eben Wörter, die auch nicht in jedem anderen Dokument vorkommen. Dann kann ich versuchen, mit solchen Wörtern Dokumente gut voneinander zu unterscheiden. Das mache ich nicht nur einfach so, sondern als Suchmaschine merke ich mir das in so einer Datenstruktur, die wir Index nennen. Das ist einfach eine Liste, wo im Prinzip, kann man sich ganz grob so vorstellen, drinsteht, welches Wort kommt in welchem Dokument wie häufig vor? Oder welches Wort ist in welchem Dokument wie wichtig? Das ist eine Art Repräsentation des Dokuments, nicht mehr unbedingt für Menschen gedacht, sondern einfach nur für Maschinen, die zählen und gucken, was kommt wie oft vor. Jetzt haben wir aber noch keine Suchmaschine gebaut, sondern wir haben eigentlich nur den Teil der Suchmaschine entwickelt, den man sonst nicht direkt benutzt. Irgendwann kommt ein Mensch und sagt, ich würde gerne eine Anfrage stellen und die Anfrage wird von der Suchmaschine auch analysiert, in einer gewissen Art wird geschaut, welches ist denn das wichtigste Wort in der Anfrage? Hier in der ist es leicht, da steht nur Query als Anfrage drin, es gibt nur ein Wort, das scheint besonders wichtig zu sein. Die Suchmaschine versucht, aus dem Index alle Dokumente zu holen, in denen das Wort, in dem Fall Query, vorkommt, Englisch für Anfrage und mit so einem mathematischen Modell, wir nennen das Retrieval-Modell, zu bewerten, welches Dokument ist jetzt am wichtigsten. Die Dokumente werden dann irgendwie sortiert, also ein Dokument wird auf Rang 1 platziert, eins auf Rang 2, eins auf Rang 3 und mit diesem Zwischenspeicher, wo sich die Suchmaschine quasi das ganze Web gemerkt hat, wird dann ein Snippet angezeigt für jeden dieser Treffen. Diese Snippets sind wir auch gewohnt, dass die irgendwie zur Anfrage passen, dass zumindest hervorgehoben wird, was waren die Anfrageterme und das Gefühl, was man dann entwickelt, ist da, wo die Anfrageterme häufiger drinstehen, das scheint der relevante Treffer zu sein oder der beste. Oder heutzutage sowas wie, wenn Wikipedia recht weit oben steht, klicken wir halt da drauf. Das haben wir hier auch versucht, so ein bisschen anzudeuten. Nebenbei ist das aber eigentlich nur eine ganz einfache Suchmaschine, sondern die Großen, die machen auch was ganz anderes, die merken sich alles, was wir tun. Das ist das Wichtigste fast mit für die Suchmaschine, so eine Art Anfrage-Lock, in dem mitprotokolliert wird, wer hat was wann gemacht und wo draufgeklickt. Und damit werden solche Sprachmodelle trainiert, über die wir gleich noch ein bisschen was hören werden. Und diese Sprachmodelle benutze ich, um das Ganze umzusortieren, um noch ein bisschen besser zu verstehen, vorgeblich, was man eigentlich mit so einer Anfrage meinte. Jetzt habe ich so ein bisschen schon über Sprachmodelle geredet. Ist vielleicht die Frage, was das eigentlich ist. Kann ich nicht gut erklären, das erklärt uns Martin. Danke, Matthias. Ja, Sprachmodelle. Wir fangen wieder am Anfang an und ich gebe eine kurze Geschichte der Sprachmodelle. Und wenn Sie sich fragen, was ist ein Sprachmodell oder wo kommen Sie her, dann müssen Sie sich die Geschichte der Übersetzung anschauen. Wir fangen jetzt nicht beim alten Griechen an, die auch natürlich schon sich sehr viel mit dem Frage der Übersetzung auseinandergesetzt haben, sondern wir springen direkt ins Computerzeitalter mit dem Beginn der Computerrevolution 1950. Und ganz genauso, wie die Informationssuche war zu dem Zeitpunkt auch schon die Frage, können wir mit Hilfe von Computern endlich die Sprachbarriere überwinden, eine zentrale Forschungsfrage. Die ersten Ansätze waren orientiert daran, wie Menschen Texte übersetzen, zumindest an den Hilfsmitteln, die dafür herangezogen werden, Übersetzungswörter, Bücher und Regeln, mit denen versucht wurde, die Syntax der Sprache entweder in einer Sprache oder in der Ausgangssprache und der Zielsprache für eine Übersetzung zu erfassen oder die Unterschiede zwischen den beiden Sprachen. Es wurde sehr lange an verschiedenen Verfahren in diesem Zusammenhang geforscht und auch durchaus Fortschritte erzielt, aber praktikabel war kaum eine Technologie, die nicht hoch spezialisiert war auf spezifische Anwendungen. In den 80ern ist eine neue Ära dazugekommen, ein neuer Ansatz, um automatisch Texte zu übersetzen. Mit der zunehmenden Digitalisierung wurden natürlich auch viel mehr Texte verfügbar, die es erlaubten, zu analysieren, wie werden denn längere Phrasen anstatt einzelne Wörter häufig übersetzt. Und das Beispiel hier, also example-based oder beispielbasierte maschinelle Übersetzung hat genau solche kurzen Phrasen aus Texten extrahiert, die häufigsten herausgezogen und damit dann einen bisher noch nicht übersetzten Text phrasenweise weiter übersetzt. Unter Rückgriff natürlich, wenn keine Beispiele vorhanden sind für bestimmte Phrasen auf die klassischen Ansätze der regelbasierten Übersetzung. In den 90ern und insbesondere natürlich auch mit dem immer größer werdenden Web, und den darin vorhandenen Daten und den Erkenntnissen außerdem von den Jahrzehnten zuvor, insbesondere dem doch durchaus guten Funktionieren des beispielbasierten maschinellen Übersetzens, kam die Idee auf, dass man Sprache vielleicht modellieren könne mit Hilfe eines statistischen Modells, als eine Art statistischen Prozess, der einen Text entstehen lässt. Die statistischen maschinellen Übersetzungsmodelle oder im Kern die statistischen Sprachmodelle wurden erfunden und im Großen und Ganzen kann man sie definieren als eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über Texten. Eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, Entschuldigung für den mathematischen Begriff, sie erlauben uns, Sprachmodelle erlauben uns, eine Frage zu beantworten, nämlich die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass irgendein Mensch, der diese Sprache spricht, einen Text, den ich vor mir habe, geschrieben haben könnte. Diese Frage kann ich mithilfe eines Sprachmodells beantworten, wenn das Sprachmodell gelernt hat, welches Wort mit welcher Wahrscheinlichkeit auf das nächste folgt. Gleichzeitig kann ich aber diese Modelle auch dazu einsetzen, einen neuen Text für mich generieren zu lassen. Ich kann Ihnen das mal plastisch zeigen. Wir haben eine Suchmaschine für ein Sprachmodell gebaut, die das Sprachmodell auch zeigt. Und schauen Sie sich hier mal das erste Beispiel an. I love my Fragezeichen. Das Fragezeichen soll für genau ein Wort stehen. Und jetzt überlegen Sie sich mal, welches Wort würden Sie denn schreiben? oder allgemeiner, welches Wort würden alle schreiben oder die Mehrheit von Ihnen oder eine große Zahl? Wenn Sie sich was überlegt haben, dann habe ich da hier mal in der Konserve das Ergebnis der Suchmaschine. Sie heißt Netzbeak. I love my job. Wer von Ihnen hätte diese Antwort gegeben? Na unten, unten rechts, eine Person. Ja, super, super. Ich auch, ich auch. Ich bin mit meinem Job verheiratet. Nein, so schlimm ist es nicht. Sie sehen hier verschiedene Dinge. Erstens, verschiedene Möglichkeiten für häufige Einsetzungen. Für das Fragezeichen, wie sie in einem sehr, sehr großen Ausschnitt des Webs vorkommen. Dazu die absoluten Häufigkeiten und die relativen Häufigkeiten und zur Visualisierung dann das, was letztendlich eine solche Wahrscheinlichkeitsverteilung über diese Möglichkeiten des nächsten wahrscheinlichen Wortes nach I love my sein könnte. Und die Frage, die sich nun stellt, reicht das jetzt schon? Die Antwort war leider nein. Denn die statistischen Sprachmodelle benötigen zu viel Text, um gut zu funktionieren. Das können Sie sich daran klar machen, oder ich kann es Ihnen daran versuchen, klar zu machen, dass hier nur drei Wörter stehen und wir eine Wahrscheinlichkeit für das nächste Wort vorhersagen wollen. Wenn ich anders, und wir sind es heute bei ChatGPT ganz anders gewohnt, wir können da hunderte Wörter reinschreiben und es kommt trotzdem etwas Sinnvolles raus, wenn wir hier bei einem herkömmlichen klassischen statistischen Sprachmodell auch nur zehn Wörter schreiben wollten, dann bräuchten wir plötzlich so viel Text, um die Wahrscheinlichkeiten zu lernen für diesen Kontext, für diese Vorbedingungen für die Vorhersage der Wahrscheinlichkeit, dass so viel Text, wie noch nie geschrieben wurde, sogar so viel Text, wie man ihn im ganzen Universum nicht abbilden könnte, nicht speichern könnte. Das heißt, die Zahl der Möglichkeiten, die Zahl der Varianten an Text reicht nicht aus, um zu schätzen, was kommt denn nach I love my family and my pet and. 2015 wurden die neuronalen Sprachmodelle erfunden. Es wurde eine neue Technik erfunden, neuronale Netze, mit deren Hilfe man Sprachmodelle approximieren konnte, annähern konnte, statistische Sprachmodelle. Und der große Gewinn, den neuronale Netze geliefert haben, ist eine massive Effizienzsteigerung bei einer gleichzeitigen Effektivitätssteigerung. Hat man sehr selten, denn man muss sich normalerweise Effektivität mit Effizienz erkaufen oder umgekehrt. Hier sieht man tatsächlich beides auf einmal. Ganz häufig hört man bei diesen neuronalen Sprachmodellen eine Zahl, die Zahl der Parameter. Und die Zahl der Parameter von ChatGPT und seinen Vorläufern bewegte sich im Millionen- bis Milliardenbereich. Und all diese Modelle, die es auch schon vorher gab, bevor ChatGPT dann Furore gemacht hat, haben schon recht gut Text erzeugt, bedeutend besser als die statistischen Sprachmodelle es vorher vermochten, viel kohärenter, viel konsistenter und so, dass Menschen sie lesen könnten. Diese Parameter sind im Prinzip die wahrscheinlich, entsprechen ungefähr den Wahrscheinlichkeiten, die man auch bei einem herkömmlichen statistischen Sprachmodell errechnen muss. Allerdings berechnen sie diese Wahrscheinlichkeiten für gleichzeitig für einen viel kürzeren Kontext und erlauben, die neuronalen Netze erlauben so eine bedeutend bessere Vorhersage. Wie funktioniert nun GPT? OpenAI hat angefangen, GPT-Modelle, Varianten dieser Modelle zu trainieren, das haben wir hier gesehen, auf sehr großen Massen von Text, allerdings nicht so groß wie das ganze Web, nur rund 720 Gigabyte. Wenn sie ein GPT trainieren wollten und in dem Fall das ChatGPT, bräuchten sie eine Zahl von 175 Milliarden Parameter, das ist erstmal noch, das ist eine relativ große Zahl und um eine solche großes neuronales Netz zu trainieren, brauchen sie insbesondere ein großes Compute-Cluster mit 1024 Grafikkarten und einen nicht so kleinen Geldbeutel, denn sie brauchen auch 4,6 Millionen Dollar alleine für das Training, nebst dem ganzen Personal, das in der Lage ist, das auch zu tun. Das hat, das ist schon 2020 geschehen, das Training, GPT-3 wurde, war das Ergebnis und GPT-3 wurde optimiert darauf, Fragen zu beantworten. Allerlei verschiedene Fragen, Typen von Fragen, Fragen, die Weltwissen beinhalten, zum Beispiel, was ist die, welche Stadt ist im Nordwesten Ohio's, Toledo, allgemeinwissen, warum haben Tiere nicht drei Beine, weil sie sonst nicht vernünftig stehen könnten, oder auch Logikrätsel zu beantworten. Es hat sich allerdings in der Praxis gezeigt, dass das reine Beantworten von Fragen nicht ausreicht. Die Menschen wollen etwas mehr, sie wollen mit einem Sprachmodell eher Informationen austauschen, in einen Dialog treten und es ist nicht nur ein Frage-Antwort- Spiel, das hinreichend ist, um die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Informationsbedürfnisse zu befriedigen, man möchte auch mal Rückfragen stellen. OpenAI ist hergegangen und hat diesen Wunsch aufgenommen und ein sogenanntes Instruct-GPT trainiert, auf Basis von einer bedeutend kleineren Menge von Beispielen, von nur ungefähr 48.000 Stück, die von Menschen erzeugt wurden und Beispiele für Instruktionen enthielten, schreibe einen Text, schreibe diesen Text um oder schreibe ein Essay über folgendes Thema oder, oder, oder mit guten Antworten und daraufhin wurde das Modell noch weiter feinjustiert, gefein-tuned. Auch dieses Modell war noch nicht praxistauglich genug, denn wie sich herausstellte, waren die Gespräche mit diesem Modell doch etwas innervierend für die NutzerInnen, einfach dadurch, dass das Modell doch manchmal recht herablassend war oder in gewisser Weise, in anderer Weise nicht, ja, ein guter Gesprächspartner. Zuletzt wurde also noch ein sogenanntes Alignment vorgenommen und Chat-GPT 3.5, also Instruct-GPT, nochmal weitergetunt mit einer Reihe weiterer Beispielen und sogenannten Guardrails ausgestattet, das heißt ganz spezifischen Anweisungen, wie sich, wie sich die, wie die Antworten strukturiert sein sollen, wie sich das Modell in Anführungszeichen verhalten soll gegenüber seinen Gesprächspartnern, gegenüber seinen menschlichen Partnern. Es soll nett sein, es soll hilfreich sein, es soll nicht herablassend sein, wenn man etwas nicht richtig weiß oder falsch gesagt hat und so weiter und so fort. Es soll einfach ein guter Gesprächspartner sein. Das größte Problem, was hier bei vorliegt, dass man im Prinzip nicht hineinschauen kann. Bei Google hat man zumindest noch ungefähr eine Chance zu wissen, welche Daten reingehen, das ganze Web, man kann auch andere Suchmaschinen hernehmen und sie herausholen und welche Daten Google aufzeichnet, ist hinlänglich bekannt, man weiß ja selbst, wonach man sucht, aber an dieser Stelle sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir quasi nicht mehr in das Modell hineinschauen können. Es gibt drei Stellen, an denen es Probleme gibt und an denen wir eigentlich mehr Offenheit benötigen. Das ist einerseits die Datenquelle, andererseits die Art und Weise, wie dieses Modell zugeschnitten ist, denn auch hier kann es eine Quelle für Probleme geben oder auch welche Guardrails zutreffen, denn ob sie mit all unseren Werten wirklich einhergehen oder nur mit den Werten von OpenAI, das ist eine ganz andere Frage. Und an der Stelle leite ich dann zu Benno über, der genau zu diesem Thema dann auch weiter ausführt zu den Biases in diesen Daten. Danke Martin, viel werde ich auch nicht mehr erzählen. Die größte Überraschung für mich, als wir uns intensiv mit den Modellen beschäftigten, war, wie wenig Daten hier sind. Und wenn man aus wenig Daten lernt, ist natürlich die Manipulierbarkeit extrem da. Es ist auch interessant zu wissen, welche Regeln hier unten befolgt worden sind. Wir sehen das als Sources von Bias und die Frage ist, was sind Bias eigentlich? Und hier möchte ich ein bisschen weiter ausholen, weil ich finde, das Wort Bias gehört zu den Worten, die am meisten, ja missverstanden werden, würde ich nicht sagen, aber die es die verschiedensten Überlegungen gibt. Und wenn Sie professionell, sage ich mal gerne, über Bias sprechen wollen, dann sagen Sie erst mal, hi, welchen Bias meinst du denn? Es ist ganz klar, Bias kann statistisch gesehen werden, zum maschinellen Lernen gesehen werden, das ist der induktive Bias und der oft gemeint ist, der kognitive Bias. Die Unterscheidung ist wichtig. Im statistischen Bias, da wägt man ab Konsistenz, also Erwartungstreue gegen Effektivität, wie gut ist eine Schätzung. Und tatsächlich, es gibt viele Situationen, zum Beispiel die Obergrenze einer Gleichverteilung zu schätzen, da ist der Bias, der verzerrte Schätzer, effektiver als der konsistente Schätzer. Das heißt, der Bias bringt uns näher an die Wahrheit. Bias war oder ist auch nicht unbedingt etwas Schlimmes, es heißt einfach Vorannahmen über etwas. Wenn man in den zweiten Bereich reinguckt, inductive Bias, das sind Abkürzungen, die wir im maschinellen Lernen verwenden. Wenn wir sowas wie JGBT trainieren wollen, dann gibt es ja diese Milliarden Parameter, dann kann man sich überlegen, dann gibt es phantastilliarden Parameterkombinationen und natürlich kann man die nicht alle ausprobieren. Man hat also bestimmte Teile vom Suchraum, die man gerne besucht. Das ist der Bias bei Machine Learning. Ohne den geht es gar nicht. Die Theorie des Machine Learning ist eine Theorie des sogenannten inductive Bias. Haben wir nicht erfunden, das ist schon immer so. Wenn wir jetzt zum kognitiven Bias kommen, das ist schon etwas, was uns vielleicht viel mehr betrifft und was wir vielleicht auch kennen. Cognitive Bias sind unsere Vorteile im täglichen Handeln. Das kann man nicht lesen, ich mache es gleich etwas größer. Cognitive Bias ist, wenn ich zum Beispiel, vielleicht können Sie diese Zahlen hier, diese Buchstaben hier lesen, wenn man zum Beispiel zu viele Informationen hat und schnell was rausgreifen muss. Was nimmt man? Oder wenn man eine Sache nicht versteht, dann fängt man an, sich eine Wahrheit zu erfinden. Oder wenn man schnell reagieren muss, ich sag mal, im Emergency Fall oder im OP, dann muss man eine Aktion treffen, ohne dieses Optimum herausfinden zu können. Oder wenn wir uns was merken müssen und wir merken, das passt nicht in unser Gehirn, picken wir uns was raus. Diese Cognitive Biases, die sind viel untersucht worden und ich linke mal hier auf Wikipedia, dass Sie wissen, dass das geht. Sie können diesen sogenannten Cognitive Bias Index besuchen, das ist echt cool, und dann so einem Bias sich aussuchen und dann, wenn sie zu dem entsprechenden Artikel gelingt und unten am Artikel, da finden Sie dann auch noch Hinweise auf andere Bias. Es gibt etwa 200 kognitive Biases und Johannes Kiesel, ein Mitarbeiter in unserer Arbeitsgruppe und ich habe mal untersucht, dass etwa 100 von diesen die Informationsbeschaffung betreffen. Also das heißt, die Suchmaschinen greifen etwa in 100 dieser Dinge rein. Und ein paar will ich Ihnen noch zum Abschluss zeigen. Zum Beispiel der Confirmation Bias. Das ist der Bias, den wir vielleicht am besten kennen und am liebsten mögen. Wir wussten schon immer, dass die Erde flach ist. Wir haben endlich das Buch gefunden, wir fühlen uns bestätigt, wir haben irgendeine Vorstellung und wir sind einfach gewohnt, Dinge zu lieben, die unseren Modellen folgen. Das ist eine ganz typische menschliche Eigenschaft. Und deswegen sind wir so anfällig für den Confirmation Bias und deswegen ist das auch so riskant, wenn Suchmaschinen den bedienen. Ich habe noch den Heimzeit Bias. Man wusste ja sowieso, wie es ausgegangen ist. Im Nachhinein weiß man immer alles und man hätte das natürlich auch vorher gewusst, aber man wurde ja vorher nicht gefragt. Das klappt wirklich gut. Der Framing-Effekt, hier auch ein Beispiel. Irgendwas wurde erreicht. Hier steht eine Zahl, ich will das gar nicht mal Fakt nennen. 4,6 Prozent wurde erreicht. Sie können das framen als Misserfolg. Sie können das framen als Erfolg. Ich halte Framing, ich persönlich, ich forsche auch in dem Bereich, für eine der gefährlichsten Geschichten unserer Zeit. Sie können jeden Sachverhalt unter jeder Ideologie gut verkaufen, wenn Sie gut framen können. Versprochen. Ja, Availability-Heuristic. Es fällt einem das als erstes ein, womit man vor kurzem konfrontiert worden ist. Sehen Sie diese beiden Urlauberinnen und Urlauber. Sie lesen gerade Zeitungen, da gab es Haiattacken im Wasser und sie machen sich jetzt Sorgen über die Schwimmer, wie sie so verrückt sein können, ins Wasser zu gehen, wo sie gerade, wie man sagt, gebrandet oder gecoint oder gefurcht sind vom Gehirn, auf Haiattacken zu reagieren. In Wirklichkeit sind die beiden, die gefährdet sind, wenn man sieht, was sie essen und rauchen. Der Confirmation Bias, was hat das mit Suche zu tun? Wir haben es mal versucht, an einem Beispiel für Sie herauszuarbeiten etwas. Sie sind interessiert über eine Diät, aber eigentlich wollen Sie nicht was über eine Diät wissen. Sie wollen eigentlich eine Bestätigung dafür haben, dass die Proteindiät das Richtige ist. Sie wissen es eigentlich schon. Und Sie brauchen nur noch die Bestätigung. Sie haben ja die Wahrheit. Und deswegen stellen Sie eine Suggestivfrage. Why is a high protein diet best for losing weight quickly? Ja, dann ist doch alles klar. Wir fragen mal eine Suchmaschine. Ich kann es sogar live machen. Wir fragen ChatGPT und ChatGPT erklärt wunderbar, natürlich es erhöht die Sättigkeit, es hat einen thermischen Effekt der Verbrennung, es schützt die Muskeln, es sorgt für die metabolische Gesundheit, also für Verdauungstraktgesundheit, es reduziert den Appetit. Es ist doch großartig. Ja, also das ist es. Die richtige Diät ist die Diät mit, ja, Protein. Naja, however. Tatsächlich steht ja was mit however. Immerhin. Beide Seiten sind genannt. Wir haben auch Google mal gefragt. Auch Google gibt eine gute Antwort. Man kann mehr essen, man hat weniger Hunger. Sie können es direkt live nachgucken. Der Bias, den ich hier vorführe, ist gar nicht mal der Bias in der Suchmaschine. Es ist der Bias in Ihnen. Die Frage ist natürlich, was Suchmaschinen tun könnten. Sie könnten darauf hinweisen, hey, du hast eine Suggestivfrage gestellt. Es gibt noch das und das und das und das. Das führt uns auch schon mehr oder weniger an das Ende unseres Vortrags und das Einladen für Sie mitzureden, mitzusprechen. Und jetzt, wo ich der Stefan schon wieder so mich interessiert anguckt, ich möchte es doch mal erwähnen. Also wir arbeiten zusammen mit der Open Web Search Foundation, die einen europäischen Index baut, die versucht viele Dinge selbst in die Hand zu nehmen, die versucht natürlich diese Sachen, die wir ansprechen, selbst besser zu machen. Und der Stefan folgt, ist nicht nur ihr Sprecher, ist ihr Gründer, ihr Vorstandsvorsitzender und ihr Geschäftsführer und es ist prima, dass du hier bist und dass wir forschen. Ich wollte es einfach mal sagen, wir haben das auf den Blick. Wir wissen, dass man was tun muss. Und was man tun kann und tun sollte, das ist natürlich jetzt die Frage und das haben wir hier sehr polarisierend aufgeschrieben. Sollten wir alles den Regulatoren überlassen, dem System, more power to the machine, sollten wir also die Maschinen sicherer machen, in dem Sinne, wir sprechen auch von Guardrailing, dass wir sie ausstatten mit Regeln, welche Anfragen erlaubt sind, welche nicht erlaubt sind, welche wie beantwortet werden sollen. Das hat den Vorteil, das kann man effektiv durchsetzen, auf allen Suchmaschinen direkt verbreiten. Man kann es per Gesetz einfordern, man kann es standardisieren oder man kann vulnerable Gruppen gut erreichen. Oder sollten wir auf der anderen Seite sagen, wir setzen auf Subsidiarität, auf eigenes Können. Auch dafür gibt es Informatiktechnologie. Zum Beispiel hätte, wenn man eben den Dialog gesehen hat, also es war ja kein richtiger Dialog, was ist die beste Diät mit Protein und so, hätte die Suchmaschine ja sagen können, hey, Protein-Diät ist eins, aber es gibt noch andere. Man könnte also, wir sprechen davon, die Delaboration, also die Ausbreitung oder Erforschung eines Gebiets ein bisschen unterstützen. Man könnte zeigen, wie man Ergebnisse sortiert, wenn Sie die ersten zehn Ergebnisse sich angucken. Das ist sehr heilsam zu wissen, dass das die ersten zehn von einer Milliarde sind und dass auf den letzten tausend die Rank-Unterschiede so klein sind, dass das Zufall oder gekauft ist, was oben ist. Wenn man das weiß, ist man nicht mehr so happy mit auf dem ersten Link klicken. Und natürlich, wenn man eigene Suchindizes baut, so wie wir das machen, dann kann man natürlich auch noch Hintergründe dazu geben, in welchem Umfang oder von welcher Zeit oder aus welcher Quelle die Sachen kommen. Also das ist der Punkt Provide Meter Information. Das ist erstmal alles, was wir heute als Teaser-Vortrag oder als Incentive erzählen wollten. Sie haben Chat-GPT, Sie haben ein Informationsbedürfnis. Wie gehen Sie vor? Was kann man tun? Wie sollen zukünftige Suchmaschinen aussehen? Also wenn ich eine Frage hätte und ich hätte eine Maschine, die mir die perfekte Antwort geben würde, meinen Sie, ich würde noch suchen? Ja, wie machen wir weiter? Wir haben nichts dagegen, nein, wir wünschen uns, Ihre Meinung zu hören. Also wenn Sie sich angeregt fühlen, auch wenn Sie Fragen haben zu technischen Hintergründen, Sie können was ganz anderes fragen, warum sind die statistischen Sprachmodelle denn weg? Sie sind ja gar nicht richtig weg, Sie werden nur neu berechnet. Alles dürfen Sie fragen und wir versuchen Antworten zu geben. Erstmal herzlichen Dank von hier aus für Ihr Zuhörer. Da ist schon eine Frage, aber schnell. Nein, schnell mit dem Mikrofon dahin meine ich. Vielen Dank. Also Cognitive Bises sind ja in allen von uns und vielleicht auch grundsätzlich erstmal was Gutes, sorgen aber natürlich dafür auch, dass wir viele irrationale Entscheidungen treffen und Sie sind ja auch Teil der Trainingsdaten von den Sprachmodellen und ich würde interessieren, können uns große Sprachmodelle dabei helfen, mehr über unsere eigenen Bises zu erfahren und die vielleicht auch zu enttarnen? Ich antworte einfach mal und ich würde sagen, wenn Sie sich das Beispiel von gerade anschauen, dann kann man sagen, dass hier vielleicht sogar schon absichtlich eine spezifische Anweisung an Chichipiti gegeben wurde, doch bitte nicht nur in eine Richtung zu argumentieren, sondern Alternativen aufzuzeigen. Also insofern würde meine Antwort erstmal ja, vielleicht sogar absolut ja bedeuten, insbesondere wenn wir in der Lage sind, den Dialog mit den Sprachmodellen so zu gestalten, dass nicht nur wir die Initiative haben, sondern gegebenenfalls auch mal die Sprachmodelle uns in Frage stellen. Also das heißt uns Fragen stellen und uns feststellen, ob wir was verstanden haben, in Anführungszeichen. Das hängt natürlich davon ab, wie gut die Sprachmodelle selbst in der Lage sind zu verstehen, was wir verstehen. Am Ende werden ja nur Texte ausgetauscht und man sollte nicht zu viel Denken erwarten, wobei letztendlich auch noch unklar ist, wie viel gedacht wird auf der Seite der Sprachmodelle und wie viel nicht. Aber nichtsdestotrotz in dem Moment, wo uns Fragen gestellt werden und wir ehrlich antworten und dadurch auch der Denkprozess bei uns angeregt wird, können wir da eine größere Chance sehen, denke ich. Das kann natürlich auch an einer Suchmaschine passieren, die spezifische Einblendungen vornimmt, die Risiken zum Beispiel aufzeigen, bei bestimmten Suchergebnissen oder ähnlichem. Ja, ich hätte eine Frage zu dem Thema, also ich versuche es mal so zu formulieren, wir trainieren ja quasi mit unseren Eingaben auch die Language Models, aber gleichzeitig trainieren ja die Language Models mit ihren Ausgaben auch uns, wenn man so will. Und was ich da interessant finde ist, gibt es denn da, also haben Sie da irgendwelche Considerations, irgendwelche Dinge, die Sie da beachten in der Forschung oder in der Anwendung in Bezug darauf, dass quasi der Mensch sich ja auch immer dem anpasst, was ihm präsentiert wird und das eventuell dann die erneut eingegebenen Trainingsdaten ja wiederum beeinflusst, sodass sich so eine Art Feedback-Schleife dann bildet, die dann vielleicht in irgendeine bestimmte Richtung abdriftet, die aber irgendwann gar nicht mehr dem originalen, ja, sag ich mal, dem Vektor entspricht, der ursprünglich mal gedacht war, wenn Sie verstehen, was ich meine. Also das Angenehme an Ihrer Frage ist, dass ich nur spekulieren brauche und man die Antwort nicht überprüfen kann. Die Frage ist sehr gut, wir stellen uns die auch, danke für diese Frage. Wir lernen zur Zeit von menschengemachten Text, das ist großartig. Der menschengemachte Text wird diluted, also wir sagen ausgedünnt, der wird verschwinden. Ich denke, es macht wenig Sinn, wenn wir nur noch maschinenerzeugten Text haben, daraus zu lernen. Es wäre eine Art Zirkelschluss. Natürlich ist er inspiriert worden von den Menschen, das heißt, wir laufen in ein Problem mit dem Lernen aus Texten, weil immer weniger Text da ist, der original ist. Das heißt, wir lernen im Endeffekt das, was wir, wenn wir es ins Extrem fassen, was wir reingegeben haben. Die Situation ist noch nicht da, aber die Situation zeichnet sich ab. Matthias, willst du was dazu sagen? Stimmt natürlich. Ich denke, natürlich wird der Mensch jetzt nicht das Denken einstellen unterwegs. Wie stark sich das auf die Bildung auswirkt, das wird sich zeigen. Es ist nicht mehr wegzudiskutieren, diese Technologie, denke ich. Und wie wir bei jüngsten Gesetzgebungen auch oder dem Verhindern von Gesetzgebungen, je nachdem, auch in Europa gesehen haben, ist es auch gar nicht wirklich gewollt, weil die Technologie auch umgekehrt sehr viel Potenzial hat. Das ist aber abseits der politischen Dimension, wie gesagt, die Menschen werden das Denken nicht einstellen. Und ich denke schon, dass auch bei vielen generierten Texten der kritische Geist noch vorhanden sein wird. Die Frage ist halt, wie divers ist das, was am Ende herauskommt und erlaubt es überhaupt noch, den Deliberationsprozess gegenüber verschiedenen Quellen heranzuziehen? Wo können wir uns sicher sein, dass verschiedene Menschen dafür gesorgt haben, dass ihre Botschaften gegebenenfalls auch durchkommen durch halberzeugte Texte? Da fängt ja im Prinzip an, unser Lernprozess einzusetzen beim Lernen über Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Denken der anderen Menschen. Wir sind geschockt von der Zukunft. Sie sind satt. Das ist die Gegenwart, wenn nur nicht die Zukunft. Es geht so ein bisschen in die Richtung auch der Frage vorher. Erzeugen wir nicht ein Bias bei der Suchmaschine beziehungsweise bei der GPT durch die quantitative Wichtung der Kommentare, die in einem wirklichen Text also von Personen oder wie auch immer geäußert werden. Also ich denke einfach nur an das erhöhte Neonazis, die jetzt viel mehr posten gerade im Moment. Also das Aufkommen, das quantitative Aufkommen dieser Texte steigt gerade und wenn ich durch Texte analysieren lerne, erzeuge ich dann nicht einen Trend auch in diese Richtung. Wir kommen ein bisschen darauf an, welche Texte man sich nimmt. Bei diesem GPT-Modell hatten wir ja gesehen, die haben ja schon sehr ausgedünnt. Also die haben ja nicht das ganze Web genommen, sondern Dinge, wo sie dachten, das sind qualitativ hochwertige Texte. Bei Wikipedia findet man auch viel Schrott, aber im Schnitt ist es halt besser als das, was man auf irgendeiner Social-Media-Plattform findet. Und dann auf diesen Social-Media-Plattformen ist vielleicht dann die Frage, von welchen Nutzerinnen ich Dinge mit in meine Trainingsdaten aufnehme. Vielleicht nicht von denen, die gerade sich neu angemeldet haben oder nicht von denen, die bekannt sind als von vielen anderen Konten geblockt oder so. Da kann man sich bestimmt als Systemanbieter irgendwie auch darüber Gedanken machen, ob man nicht wirklich alles ungefiltert nimmt, sondern manche Sachen. Aber da kommt dann gleich wieder der Bias rein, was ich reinnehme und was nicht. Ich habe noch eine Frage. Und zwar ist nicht die eigentliche Gefahr weniger Chat-GPT für Endkunden, wo ich das nächste Gedicht für Tante Emmas Geburtstag mehr generieren lasse, sondern eher die B2B-Anwendungen. Also da, wenn es dann in Industrien reingeht, wo dann wirklich auch was erfunden wird nachher, was gar nicht eigentlich da ist und auf Basis dessen auch große Entscheidungen basieren oder vielleicht sogar im Journalismus. Also weniger, das ist weniger die Einzelperson des Problems, sondern eigentlich die kommerziellen Anwendungen im B2B oder im Journalismus dann nachher, wenn die Texte in der Tageszeitung komplett erfunden sind und auch Experten dann in den jeweiligen Feldern gar nicht mehr nachvollziehen können, wo eigentlich die Quelle herkommt. Also ich hatte zwei kurze Kommentare beim Business, beim Business zu Business geht es ums Geld, da werden die Leute genauer hingucken. Das wäre meine erste kurze Antwort auf den ersten Ansatz. Bei Nachrichten, ich habe vor kurzem, also man muss bei Nachrichten sagen, es wurden schon vorher ununterbrochen in allen möglichen Varianten Nachrichten erzeugt, die man als Yellow Press auch einsortieren könnte. Im weitesten Sinne einfach nur die den Trends hinterherlaufen und möglichst viele Klicks erzeugen wollen. Die wurden von Menschenhand erzeugt und trotz allem funktioniert unsere Welt, unsere Nachrichtenwelt noch sehr ähnlich, wie sie vor 30 Jahren funktioniert, wo es auch so sehr, wo es verschiedene Medien auch damals schon gab, die sehr agitierten oder in anderer Weise versuchten, Einfluss zu nehmen. Auch da dieselbe Antwort wie gerade nochmal. Hier an der Stelle wird es der, in Anführungszeichen, Aufschreibe der Rezipienten sein, die sagen, das ergibt doch keinen Sinn, das entspricht nicht der Realität der Welt, die ich um mich herum sehe. Einen Einfluss wird es nichtsdestotrotz haben. Ja, vielleicht ist eine Sache nicht richtig rübergekommen. Danke, Martin, ich stimme dem zu. Im Großen und Ganzen sehen wir die Sache positiv. Ich sehe Chancen in der Sache. Ich bin, ich denke an die ganze Technologieentwicklung der Menschheit, die dafür gesorgt hat, bequem alt zu werden, bequem zu leben, ein gutes Leben zu haben. Da gibt es Variationen drüber, das mag alles diskutierbar sein. Aber im Kern sollten wir das, sehe ich das Potenzial, was Sie sehen wollen, das weiß ich natürlich nicht. Und ich würde ein Motto noch gerne sagen, was diese ganzen Gefahren vielleicht kurz beschreibt oder auch aushebelt. Wer wenig weiß, der muss alles glauben. Und das trifft natürlich auf Suchmaschinen, auf Informationen insgesamt zu. Ich plädiere dazu, selbst zu denken, den Mut haben, den eigenen Verstand zu benutzen. Das ist von Kant, das ist nicht von mir. Also wer wenig weiß, das muss alles glauben. Also tun Sie was wir wissen und dann sind Sie nicht hilflos, überhaupt nicht.